Wie viel Uhr ist es? Es ist 10 Uhr. Nein, es ist 10 vor 11. Du solltest ins Bett gehen. Aber morgen ist keine Schule. Das macht nichts. Du solltest vor Mitternacht ins Bett gehen. Ich kann später ins Bett gehen. Samstags stehe ich erst mittags auf. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Nein, es ist zehn vor elf. Du solltest ins Bett gehen. Nein, es ist zehn vor elf. Du solltest ins Bett gehen. Aber morgen ist keine Schule. Aber morgen ist keine Schule. Das macht nichts. Du solltest vor Mitternacht ins Bett gehen. Das macht nichts. Du solltest vor Mitternacht ins Bett gehen. Ich kann später ins Bett gehen. Samstags stehe ich erst mittags auf. Ich kann später ins Bett gehen. Samstags stehe Wie viel Uhr ist es? Es ist zehn Uhr. Es ist zehn Uhr. Es ist zehn Uhr. Elf. Du solltest ins Bett gehen. Nein, es ist zehn Uhr. Du solltest ins Bett gehen. Aber morgen ist keine Schule. Aber morgen ist keine Schule. Das macht nichts. Du solltest vor Mitternacht ins Bett gehen. Das macht nichts. Du solltest ins Bett gehen. Ich kann später ins Bett gehen. Samstags stehe ich erst mittags auf. Ich kann später ins Bett gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.